Jo moit's Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary hier auf meinem Kanal. Doch heute hatte ich nicht wirklich Lust, dieses Video alleine zu kommentieren und deswegen habe ich mir jemanden mit ins Boot geholt, der stellt sich das einfach mal ganz kurz vor. Ja, moin moin Leute, ich bin's, der Ahrensburger Alex, vielleicht kenn ich ja einige. Und ja, heute mal ein kleines Duel bei dir. Genau so sieht's aus. Und da haben wir uns eigentlich in unseren Augen wichtige Themen vorgenommen. Und die wollen wir jetzt einfach mal mit euch teilen. Und ich glaube, der größte Teil davon bezieht sich nur an euch, für euch, wie auch immer man das aussprechen mag. Es geht im größten Teil echt nur um euch, um jede Menge Specials, die jetzt in nächster Zeit kommen. Und darüber wollten wir zusammen reden. Und dafür haben wir schon was ganz Tolles für euch im Petto, so kann man das mal ausdrücken, und kann das mal einfach der Alex erwähnen. Du meinst den ersten Punkt, den wir aufgeschrieben haben? Ja, genau. Und zwar, ja, ich werde von meiner kleinen am Arsch der Weltstadt, Ahrensburg, am 1. April nach Dortmund fahren. Mit dem Zug oder Flugzeug oder Hauberfahrt. Mit dem Radjet. Ja, ich geh sonst einfach zu Fuß. Genau. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich eine Woche bei dir bleiben, so wie es aussieht. Genau. Und ja, da haben wir natürlich einiges uns vorgenommen, was wir aufnehmen möchten. Und das werden wir auch in die Tat umsetzen. Hoffen wir es. Genau. Und ja, das ist natürlich jetzt auch das erste Mal, dass wir es auch im Reelift dann sehen. Mhm. Und ich denke mal, das wird ganz lustig. Und da haben uns natürlich schon jeder Menge Gedanken gemacht, was man dann machen kann. YouTube bezogen und so weiter. Und da haben wir natürlich uns einiges ausgedacht. Und ja, das erste wäre, dass am 20. März letzten Jahres mein erstes Commentary auf YouTube hochgeladen wurde. Das heißt, diesen Monat und mehr gesagt in, ja, zwei Wochen ungefähr genau, vor einem Jahr, wurde mein erstes Commentary hier auf YouTube hochgeladen. Und zu diesem Anlass habe ich mir halt jetzt mit dem Alex zusammen ein großes Special ausgedacht. Yeah. Das wir dann hier zusammen machen werden. Und das wird dann natürlich dann irgendwann ab dem 1. April oder mehr gesagt in der Zeit vom 1. April bis zum 8. April hochgeladen. Mhm. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Aber was es sein wird, das will ich oder das wollen wir jetzt an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Das soll natürlich so eine kleine Überraschung sein. Und ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Die Zeit rast. Die Zeit rast. Ja. Ja, und dann können wir mal direkt zum nächsten Punkt kommen. Du kannst ja kurz ansprechen. Du hast es ja auch auf deinem schönen Zettel, den ich extra abfotografiert habe mit meiner PS Vita, dir dann über Skype geschickt habe. Okay, schau. Ja, und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht haben wir da auch einen, na, einen kleineren Kanal, kann man es so nennen? Bis jetzt auf jeden Fall noch. Es ist auf jeden Fall noch ein kleinerer. Ein kleinerer Kanal. Den Namen verraten wir noch nicht. Genau. Ähm, ja, mit so einigen Videos, die euch hoffentlich interessieren werden, die nicht unbedingt spielbezogen sind. Genau. Äh, ja, einfach nur nochmal ein bisschen die Kamera auspacken und dann mal ein bisschen vloggen. Genau. Wie man es heutzutage nennt. Und genau, diesen Kanal werden wir sozusagen offiziell, auch in der Zeit, wo Alex hier ist, enthüllen. Ähm, auch dann natürlich die ersten Videos hochladen. Und der wird natürlich dann ab dann so geführt wie unsere beiden eigenen Kanäle. Der einzige Unterschied ist halt, dass es keine Gameplay-Comptory-Resort gibt. Und dass wir beide zusammen den Kanal leiten. Mhm. Und das war schon das gröbste Ganze zu dem neuen Kanal. Man kann ja sagen, dass er schon bereits, äh, äh, entstand, ähm, wie heißt das Wort jetzt? Entstanden ist? Genau, entstanden ist. Er besteht bereits. Aber wie er heißt und so weiter, dass wir der Welt in der Zeit erfahren, wo er dann hier ist. Seid gespannt. Seid gespannt. Es wird episch. Es wird episch. Genau. Genau. Er hat, er redet ihm alles nach. Nein. Ja, dann, das nächste ist halt, dass ab dem Zeitpunkt, okay, jetzt war das irgendwie doppelt gemoppelt. Wenn wir jetzt den nächsten Punkt ja sagen, dann weiß man das andere ja schon. Ja. Wollen wir es trotzdem sagen? Ja. Okay, das ist ja auch auf meinen Kanal bezogen. Das ist okay, jetzt habt ihr natürlich, jetzt werden wir natürlich schon den, ja, so ein bisschen sagen, was auf dem anderen Kanal sein wird. Hat er ja gerade auch schon gesagt, dass man mal die Keime auspackt. Und davon kann man halt ableiten, dass halt dann auch Real-Life-Videos kommen. Man sieht denn dein Gesicht zum ersten Mal. Ja. Zumindest, ich, viele haben irgendwie gesagt in dem Review-Video von der PS Vita, dass man da auch mal cooles mein Gesicht gesehen hat. Das ist natürlich, an der 11. Minute oder so, das ist natürlich wirklich ein epischer Moment. Ich glaube, das wurde irgendwie zehnmal in den Kommentaren irgendwie die Zeit verlinkt. Naja, ist es egal, auf jeden Fall, wer dann ab dem Zeitpunkt wollt, da noch der zweite Kanal eröffnet wurde, beziehungsweise enthüllt wurde, auch Real-Life-Videos folgen, auch ab und dann mal auf meinem Kanal. Aber wie gesagt, größtenteils auf dem zweiten Kanal. Das heißt, wenn ihr mich sehen wollt oder auf den Alex, dann müsst ihr dann später den zweiten Kanal auch abonnieren. Und der nächste Punkt, den musst du uns sprechen damit. Also, mich sieht man auch auf meinem Kanal. Das war jetzt schon. Mich sieht man auch auf meinem Kanal. Ja, mich sieht man ja jetzt schon auf deinem Kanal. Das stimmt. Ich meine, es ist mich. Achso. Ich meine, wenn man dann eine in regelmäßigen Abständen... Ah, ja. Dann muss man natürlich auf den anderen Kanaren gehen. Genau, das meint sich damit natürlich nur. Ja, den nächsten Punkt kannst du ja einfach mal ansprechen, damit du meine Person, die Person Palmas, einfach mal so episch präsentierst. Okay, wir hatten... Überhaupt nicht eingebildet. Ich bin epic. Ja, überhaupt nicht. So relativ, was ich... Nein. Wir hatten uns noch überlegt, für diese eine Woche, in der ich da hinten in diesem kleinen Kaffee namens Dortmund bin, vielleicht ein kleines Abonnententreffen zu... Vor Starbucks? Alex weiß, dass da irgendwie nur so Insider zwischen uns beiden. Egal, vergesst das wieder. Egal. Wir haben uns vorgestellt, vielleicht ein so ein kleineres Abonnententreffen zu veranstalten. Ist noch nichts fest. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da erscheinen würdet. Genau. Ja, Termin wissen wir auch noch nicht genau, halt irgendwann zwischen dem, wahrscheinlich zweiten und achten, oder zweiten und siebten. Irgendwie so. Ja, wir werden hier dann nochmal alles erfahren, je nachdem, wenn jetzt keiner von euch schreibt, dass der da erscheinen würde, ist das natürlich nicht so gut. Aber jetzt auch noch nicht hundertprozentig drauf versteifen, da müssen wir nicht gucken, jetzt wegen der Zeit ist. Aber wir versuchen es, wir versuchen es bestmöglich einzurichten, dass dies funktioniert. Und man kann einfach mal sagen, zumindest für die Abonnenten, die jetzt aus Dortmund kommen, vielleicht könnt ihr einfach mal einen geeigneten Platz in die Kommentare schreiben, wo es, äh, wo jeder hinfinden würde, wo man auch vielleicht nicht unbedingt andere Leute stören würde, weil ich meine nicht, äh, dass man das jetzt hier bei mir vor der Haustür machen sollte. Doch. Nein. Also wie gesagt, für die Leute, die jetzt schon aus Dortmund kommen, oder vielleicht auch in der Umgebung, die sich vielleicht ein bisschen auskennt, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wo ein geeigneter Platz wäre. Ich hab mir auch schon so ein paar ausgedacht, aber ich werde einfach mal eure Meinung dazu hören, und ich meine, äh, feststeht, dass er eben doch und fest, äh, wenn dann sein wird. Das heißt, für die, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, aus Berlin oder so kommen, tut mir leid, aber ich meine, die meisten werden natürlich auch einfach mit der Bahn hinkommen. Das ist ja kein Problem, man fährt maximal vier Stunden. Und nein, Spaß, also wieder, schreibt einfach mal in die Kommentare. Ja. Und den letzten Punkt, den kannst du auch sprechen, weil das ja auch für deinen Kanal ist. Ja, und zwar, falls ihr es noch nicht wisst, auf meinem Kanal mache ich zusammen mit dem Chris eine kleine Serie zur Bundesliga mit FIFA. Sprich, wir spielen jeden Spieltag das Topspiel oder in unseren Augen zumindest das Topspiel nach. Und ja, während ich dort bei Chris bin, haben wir vor, ein paar Episoden aufzunehmen, aber nicht nur so Commentary-mäßig, sondern auch mit Kamera inklusive. Ihr könnt unsere Ausraster live vor der Kamera beobachten. Also kann man sagen, ein Real-Life-Duel-Life-Commentary. Ja, das hat es noch nicht, das hat es bestimmt noch nie gegeben. Nee. Und ja, das wird dann auch alles aufgenommen und irgendwann später dann bei mir hochgelaufen. Genau. Und wenn er noch nicht weiß, wie genau das Ganze abläuft mit diesen, mit diesen Bundesliga-Specials auf Alex-Kanal, kann einfach mal auf seinen Kanal gehen, da könnt ihr euch die bis angucken. Ich glaube, mittlerweile sind sechs oder sieben Spieler schon vertreten, ne? Ja. Ähm, das ist jetzt echt immer geil geworden, also Ausraster pur. Zumindest meinerseits eigentlich immer. Ja. Und, das ist echt alt. Also ich finde das echt geil. Man kann das schon dazusagen, damit es vielleicht noch eine kleine Motivation ist, sich das mal vielleicht anzuschauen. Das, was für den letzten Spieltag echt was Großes geplant ist. Mhm. Genau. Das ist echt, das ist echt so. Ja. Gut, ich weiß gar nicht, wie lange das Commentary jetzt hier an dieser Stelle schon ging. Bestimmt wieder zu lange. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Entweder wir reden jetzt weiter, gehen dann aber wahrscheinlich wieder rüber, oder wir hören jetzt schon auf und dann sind wir wahrscheinlich unter der Zeit. Dann würde ich sagen, verabschließen wir uns einfach mal und dann können wir zum Schluss ja das Gameplay einfach abschneiden. Genau, einfach. Okay. Gut, dann sag ich mal mit diesen Worten, tschö mit Ö, ich bin raus, ciao, euer Paimers. Tschüss.